Leo und Bernhard, der Saiko, lieber Leo, lieber Saiko, lieber Leo. All the best to you guys on this trip. Chasing your dream for the NFL, reaching your potential. All your hard work is paid off and I wish you guys the best. You're representing the Vikings, you're representing yourselves and you're representing all of Austria for football. So good luck, have a great time and compete your butts off. Ja, Saiko, jetzt kennen wir uns seit du, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt bist und ich könnte echt nicht stolz auf dich sein. Also du hast in der ganzen Zeit dir wirklich immer den Hintern aufgerissen und alles dafür getan, dass du jetzt diese Chance kriegst. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich jetzt beim zweiten Mal hinfahren werde, weil es gibt keinen anderen im ganzen Vikings-Verein, der so viel getan hat dafür wie du, der extra Sessions gemacht hat, immer aufgebaut hat, aufgepasst hat, meistens halt. Und ja, nutzt einfach, macht das meiste draus, sammelt super Erfahrungen und ich freue mich, wenn wir dann sehen, dass dein Name auf eine Menge Fehler rostet. Alles Liebe. Was denn Leo als Spieler ausmacht, ist einfach, er ist ein Athlet. Wenn man ihn Leo allein anschaut, das ist schon eine Präsenz, wenn der in einen Raum kommt. Er hat sich für Jahr für Jahr wirklich enorm gesteigert, was natürlich schadet für uns, weil wir ihn deswegen nicht mehr bei uns am Feld sehen können. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich viel Erfolg für die NFL, also für das Pathway-Programm. Und ganz wichtig, pünktlich sein und nicht die Schule vergessen. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr es geschafft habt, in das International Pathway-Programm zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr euch über die letzten Jahre enorm weiterentwickelt habt, auf verschiedenen Positionen, Erfahrungen gesammelt habt und nun in der Lage seid, eure Talente auch in diesem NFL Pathway-Programm zu präsentieren. Ihr seid die neuen Vorbilder im Football Österreich. Ihr seid die neuen Poster-Boys, natürlich auch zusammen mit Sandro Platzkummer. Ich wünsche euch alles Gute für die MG Akademie. Trainiert halt, gebt euer Bestes und vielleicht sieht man sich wahrscheinlich auch mal in Übersee. Wir werden euch die Daumen halten, wir werden euch verfolgen. Ich bin mir sicher, ihr seid gerüstet für diese großen Aufgaben, die da auf euch zukommen. Und was ich euch mitgeben will, dass ihr nicht vergesst, wo ihr herkommt, was euch dazu gemacht habt, was ihr heute seid und auf welche Tugenden ihr in den letzten Jahren gesetzt habt, um zu dem Footballer zu werden und zu der Person zu werden, die ihr heute seid. Ich hoffe auch, dass das Nationalteam da einen großen Beitrag geleistet hat und dass ihr im Rahmen des Nationalteams eure Entwicklung noch verbessern konntet. Und ich bin davon überzeugt, dass ihr für nächste Generationen den Weg ebnet, neue Perspektiven setzt und ja, ich bin stolz euch zu kennen, ich bin stolz euch bis jetzt gecoacht zu haben und bin in eurer Ecke. Go Austria!